Kuppel links 6 und rechts 600. Links 6. Rechts 5 in den Halten. Rechts 6 über 80. Und rechts 5 verläuft über Kuppel. Rechts 6 über Kuppel. Links 3 lang. Links 6 durch Pfosten. Sprung. 60. Kuppel senke. Rechts 3. Und links 4 lang über Kuppel. Zug ist 1. Und macht auf durch Pfosten. Und rechts 4 lang über Kuppel. Zug ist 1. Und macht auf durch Pfosten. Vielleicht Sprung. Und sprung und rechts halten über Sprung 100. Links halten über vielleicht Sprung durch Tor. Und vielleicht Sprung und 80 vielleicht Sprung in links 4. Kuppel. Kuppel. Vorsicht links 5 lang. Mach zu bis 1. Kuppel. Achtung links 3 durch. Kuppel. 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 Tor. Untertitelung des ZDF, 2020